Durchballern, wenn ich das schon so lange schon nicht gemacht habe, habe das mir immer aufgehoben, aber heute ist soweit, heute wird die Hautstory durchgeballert, soweit es geht, fangen wir schon mal an, ich würde sagen, gehen wir direkt da hin, aber da muss ich auch weit laufen. So, ich muss auf jeden Fall direkt anfangen. So, ich muss auf jeden Fall direkt anfangen. So, ich muss auf jeden Fall sein. So, ich muss auf jeden Fall schauen. So, ich muss auf jeden Fall sein. So, ich muss auf jeden Fall gehen. Okay, fangen wir wahrscheinlich direkt hier mit einem dicken, fetten Bosskampf theoretisch an. Hey, ich bin cool, ich finde cool, dass ich die auch habe. Oh shit, oh shit, die ordnen doch aufs Gesicht, halt. Ah, komm, mal wieder raus, das ist immer so, das ist immer so ein bisschen nervig. Hallo. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Hä? Ach fuck, ich muss eine der Teile zerstören, ne? Ah, okay, jetzt habe ich das langsam ein bisschen verstanden. Ist das auch ein Bosskampf, wo man immer gegen gekämpft? Hat mich das verpasst, die ganze Zeit über? Oh, die ist aber sehr stark, ey. Okay, ich muss mich heilen. Okay. Okay. ja da ist die Schnauze so cool muss kann ich leider gar nicht ich glaube ich ich werde dich um die Gedanken der Eterneinheit ich werde dich um die Gedanken der Eterneinheit ok shit oh guck mal ich kann die Metafiligkeit jetzt nicht benutzen oh das ist auch gar nicht so schlimm wow schraubt ich frage mich wohl wie lange nicht oh wow wenn das triggern würde er hat's er hat's kann man ihn trotzdem hochhallen auch nur die Leventarfähigkeit ach komm mir du hast die Leitung direkt ok komm was geht hier vor ich komme gar nicht mehr klar im höher kommt moist komm commence Cool? Shogun, who was that? Seize him under the decree. Next time, I will strike twice. Why have you stopped here? In case you forgot, the only thing is... I probably go to Tataru's suit. The Shoguns are... That's right. However, the... The only issue is you'll likely pass your territory. Ah, me too. We got it, hurry up! Let's get out of here! So. Good morning. Geht's track weiter hier, ja. Im Namen des Widerstands. Wird wieder schön haupt-story geballert. Hab ich nämlich lang schon nicht mehr. Bin auch... auch grad... richtig geil gegessen. Bin wieder in meiner... alten Wohnung hier. Schon echt lange nicht mehr da, schon... bestimmt zwei Wochen nicht mehr. Ist aber auch schön, wieder Nachbarn zu sehen und alle... schon mal ganz gut. So... 180 Meter schaff ich das. So... 180 Meter schaff ich das. Wo ist das? Wo ist das? Er weiter oben. Oh, hier ist ein Gegner. Ach, will ich euch besiegen kommen. Ich hab letztens so viel von eurem Scheiß hier rausgegeben. So, auf jeden Fall. Also muss ich hier meine Leute hochheilen. Also muss ich hier meine Leute hochheilen. Also muss ich hier meine Leute hochheilen. Das ist ne geile Methode. Direkt... Alles aufzusammen. Ja, komm. Die mach ich noch und dann falle ich nur noch Hauptstory. Aber nur weil das so schnell ging. Hab ich das gemacht? Ich hab's verkauft, verloren, vergessen. Oh, hey. Ja. Ichi Village. What about you? Don't get... The resistance aren't I... The front line used to be... That's where I've just come from. I was lucky to get out. I think we need to keep... Agreed. Naozuchi Beach. Sounds like that's where the resistance and the Shogun's army are battling it out right now. So. Da. Oh shit. Ich hab den Vogel vergessen. Ich brauch das Holz und ich hab viel zu viel davon ausgegeben. Zeit um zu gehen. Sehr schön. Ich hab den G休 so gesund. Sie sehen uns doch noch nicht. Ich hab den Geln. Ich habe den Geln nicht gewechselt. Oder nicht? Oh ja. The winds move! Killed the fallen leaves! Adorn my night! No time to kill you! Don't walk back! I need to train how it unrested! But I'll go! He's a special person! Are you serious? You have to let me introduce you to General Goro. Perhaps I can also... Anyway, we should... So, weiter geht's. Oder 600 Meter. Bisschen weit. Von wo gehe ich am besten nach? Ich komme von hier oben. Faster? Okay, faster. So. Muss ein bisschen weiter hoch auf jeden Fall. Genau, hauptsächlich bin ich jetzt in meiner Wohnung. Hier wahrscheinlich mir einfach nur zu putzen wieder. Ein paar Dinge zu erledigen. Oh, Papiere. Ganz viele Briefe bekommen. Mal durchgehen, ob da alles... ...so stimmt, wie es sein soll. Sonst hoffe ich, dass es euch gut geht. Ich glaube, dass ihr... Das ist... Das ist nicht... Tell me. Warum wünscht ihr uns zu uns? Die Resistance kann man nicht mehr, dass alle, die nicht mit einem Krieger gewinnen können. Du und ich müssen sicher sein. Du bist zu... Es war eine Verkaufung. Warum... Was? Ja. Wir hatten einen Krieg mit dem Raiden Shogunen und alles. Dann haben wir den Vision Bearer und rief ihn auf den... ...after dem... Hm. Jetzt, dass du es erwähnt hast, haben wir gerade eine Bounty-Notes bekommen, von einem Shogunen-Samurai, die in der Krieg verletzt wurde. Es redet... Was? Wer kenne sie einen mysteriösen kleinen Pett? Meine... Ihre Exzellenz ist... Ich werde Teppei hier fragen, um dich herum zu zeigen. Ja, Herr. Ich war in dem... Ich werde sicher... Wir beginnen mit dem... Das letzte Mal, ich sah... So. Oh. Take weiter. Is this a new recruit? Looks like a... Whoa, whoa! Teppei! Did you bring this one in? How are things on the front line? Huh. Well, the enemy are much stronger than we could have imagined. But, we're holding our own. I've been right in the thick of it. At one point, they're... Look at you. When did you grow nerves of steel? This guy stole that I heard. He even stole... Amazing work! Still, I can believe most of that. But, him facing off against the Raiden Shogun? I think you might be embellishing the story a little there, Teppei. I mean, we've all heard of them. But... You did? I heard about a remedy. They say it feels... Sure. Nothing. Well, how about we look if you're a fan of them. But, if you're more of them... Thanks, Ria. I'll continue to talk with you. Thanks, Ria. what do you need? Well, I'd rather give you one of them. I have more. Oh, never mind. I may need your... And, uh... It's a standard... I'm dying to get... I don't think you... Thanks again, Tepp. Speaking of Trank, it'll be a good chance. You got it. I'm dying to get... ... And, uh... Oh, another mistake. Let's see here. What're I doing? Hmm... How hard was... The same things have happened... I guess we'll just... Come on, guys! Hör auf einen Sekunden, in der Krieg, und das war nachdem, äh, wir haben nicht gesagt, es würde viel bedeuten. Okay. 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 Da, da, da. Well, da hast du. Incredible, meine Posture. Hehehe, die Gämonen, zumindest diese Zeit, ehrlich gesagt, meine Wälder und ich verliebt die Aktionen der Schuhrer von dem. Und die von uns, die nicht so gut sind, so gut sind, aber jetzt, wo wir... Sir, wir haben... es gibt noch viele Wälder, was? Wir sollten das besser anpassen, wenn... Oh. Nein. Hallo Boys. Oh. 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 die trocken gar nix und traurig was haben gespürt im inspekt in der warte sind so komisch wenn man die haupt-story durchspielte wo man fast alle nebenmissionen schon fertig hat die gesamte karte aufgedeckt hat da habe ich mich ein bisschen hinreißen lassen ich habe zu viel nebenstelle gespielt in der nähe material sammeln schauen wir mal wo ist das material hier die holzteile oder was sagt er jetzt sehe ich es das wird dieses bisschen zorn irgendwie helfen hier 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 Was soll? Sekunde. Ich muss mal kurz weiter geht's, oh, das ist glaube ich ein bisschen weiter weg, ja, da laufe ich am besten von dem Punkt aus. Boah, krasser Mäh, okay, das sah gerade noch ein bisschen mehr aus. Ich glaube, die habe ich auch gar nicht. Boah, weil ich hier die ganze Zeit ein bisschen besser bin. Ein bisschen die Storymodus durchspiele, Christian. Ich wollte endlich mal das zu Ende bringen. Aber ich komme später, wenn ich hier fertig bin. Komm hier auf jeden Fall Discord, da können wir zusammen irgendwas spielen. Ich wollte ganz entspannt Storymodus hier ballern. Okay. Okay. Ich habe zwei Audiosporen. Ja, ich habe auch... Nee. Ich glaube, ich habe einfach das Mikrofon viel zu nah am Dings. Ich habe leider keine Kopfhörer. Deswegen hört man das wahrscheinlich doppelt ein bisschen, oder? Ja. 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 So. Ich glaube, jetzt müsste das ein bisschen besser sein. Ich muss gleich mal gucken. Das war's für heute. Ich bin ja gerade in dem Schafen, deswegen bin ich gerade nicht in die Bühne gefällt. Deswegen habe ich nicht mehr gedacht, dass er kippt mit dir. So wie am Tisch, wo alles so dabei ist. Leider. Die Excellency! Die Zeit ist vorbei, meine Schafen. Jetzt ist unser Moment! Wie wie die Winde, meine Frau. Ich hoffe, dass ihr alle diese Marken habt. Wir brauchen wieder, mein Freund. Ich bin hier, glaube ich. Wir haben aufräumt. Ich bin hier, glaube ich. Ich bin hier, glaube ich. Wir haben aufräumen. Ich bin hier, glaube ich. Und das ist die erste Mal, dass wir uns mitbekommen haben. Und bitte, ich bin zufrieden. Ich bin hier, ne? Ich habe eigentlich gehört. Du hast ein paar Möbel, Gegenstände hier verkauft. Oder wegschmeißen. Hm. All diese Shoguns auf der Vision-Hunt-Decree. Ich sage, wir gehen zum Schafen, um die Schafen. Ähm. Ich habe nur kurz vor knapp vergessen, meinen Nachbarin zu sagen, dass sie jetzt von meinem Parkplatz runter soll. Weil die steht da ja immer drauf. Hat gefragt, ob sie darf. Und ich sage, ja, wenn ich nicht da bin, kann sie ruhig auf meinem Parkplatz stehen. Weil die fetzen sich hier mal wegen diesen Kack-Parkplätzen. Aha. Da habe ich, glaube ich, eine Stunde oder zwei Stunden, bevor ich hier war, geschrieben. Habe ich voll vergessen. Aber die sind schnell gewesen. Die sind direkt runter gegangen. Jetzt war alles frei und richtig super, ey. Gar kein Stress gewesen. Wieso wird hier ein Boot generiert, wenn ich dann hier auftauchen muss? Das ist merkwürdig. Einfach so ein Boot gespawnt und dann musste ich irgendwo zum Arsch der Welt. Ich muss hier unten das erst mal binden. So. Ich muss hier unten das erstmal binden. So. Ich muss hier unten das erstmal binden. Wie lange ist das noch? 25 Tage? Ach, da habe ich noch Zeit. Ja gut. Dann kann ich ja ganz normal die Story noch mal haben. Ich dachte, das muss jetzt bald geschehen. Krampf. Da spiele ich erstmal die schöne Hauptstory durch. Das war und so nicht in der Nähe. Was ist das so schön? Du bist in der Nähe. Oder? Ich bemez. Wir- Wir sind auf dem Armbring. Also. Ah, wirklich? Ja, wirklich? Du hast lange liege. Du bist? Du bist so frei gegangen. Ich gehe mal jetzt. Dann tr Afich. Ich wünsche mir die Wut, dass wir endlich starten Begrüßchen können. Ich bin nicht ohne... Die Senderns'-Konditionen waren auch rechtlich. Sie haben uns einfach zu beurteilen, um uns zu beurteilen, um zu beurteilen, um zu beurteilen, um zu beurteilen. Ihre Excellency? Das ist fantastisch. Ich verstehe, wie ich darüber diskutiere. Aber... Wenn wird die Vision- Das ist die Frage. Und ich bin der Mere Existenz von der Vision-Hunter- Die Tanrio-Kommission... Ich denke, die Vid-Traveler... ... zu confirm. Um... Knowing the current situation- Good. I hereby appoint- Woah, woah, what? Swordfish, too? It's hard enough getting into a special option- Although the support- Great! The one to- The members of Swordfish have already written the special option- Um... I wanna make a- Of course. I'll arrange- Oh, right! One successful operation coming right up! Okay, sure! Well, well, Traveler? So... Schneller... So... Na, zum Glück habe ich meine Brille nicht vergessen, ey. Irgendwie in letzter Zeit sehe ich wieder ein bisschen schlecht. Das ist immer bei mir irgendwie abhängig... Tagesabhängig oder so. Ich glaube, mit Blut... Bluthochdruck oder... Mit dem Blutdruck hat das irgendwas zu tun. Auf der Arbeit sehe ich meistens immer ganz gut. Aber so abends vorm PC... Das ist immer ein bisschen schlechter. Natürlich geht's auch ohne, aber manchmal ist das einfach nur voll nervig. Ah... Du musst bist der neue Kapitän von Swordfish 2. Der hat auch einen Toplum gibt, aber da konnte ich halt was gar nichts mehr sehen. Das war richtig frustrierend. Ich will wissen... Du meinst... Normalerweise... Wir sind hier aufgrund der Runen, die Probleme in diesen Teilen causieren. Alright! Oop! Es ist ein glückliches Tag! Retribution! Ah! The wind moves. Clouds high! The birds? Ah! Ah! Ich bin sehr gefährlich! Ah! Seems like... Allow me to introduce... I now formally see the position of Captain. There are two hard hit areas, that's said... The ones over there are tougher. And there's more of them. Ach, zur Zeit? Eigentlich zur Zeit heute... Ne, zur Zeit des Arbeit eigentlich nicht stressig. Ich weiß nicht so wie es bei dir ist so... Aber nur ein bisschen nervig. Wir haben... Ein paar Übungen... Übernächste Woche. So, ich glaube... In zwei Wochen wird es richtig stressig für mich. Aber gerade ist eigentlich... Relativ entspannt. Fast schon zu entspannt. Nervt mich schon so ein bisschen. Ich weiß, dass ich meckern auf höchstem Niveau, aber... Wenn zu wenig zu tun ist, ist es auch irgendwie scheiße. Aber übernächste Woche ist dann halt wieder... Volle Kanne dann. Dann weiß ich schon nicht mehr wohin. Was ich zuerst machen muss. Und bei dir so? That's not evil. Whichever camp we attack... It's the Ronin... But Captain. If we spread our troops... Yes? Alright then. Bei uns ist das meistens irgendwie so... Je nachdem... Welcher Chef gerade da ist, ne? Wir haben ja mehrere Chefs da. Und je nachdem welcher da ist... Der ist... Das ist immer so... So der Hauptchef ist ja nicht ganz cool... Aber der Verzeihung ist halt nicht... Wer ist da? 2, 3... Let me try... Wahrscheinlich will er schon längst weg. Ich glaube schon ein neues Jobangebot... Oder was? Oh echt? Aber so ist das ja. Es gibt gute und schlechte Tage bei der Arbeit. Allgemein bei der Arbeit schief gelaufen? Oder bei dir irgendwie was schief gelaufen ist? Okay. Oh man... Dann muss ich mal reinstellen. Das will ich ja nicht. So, ich denke so ist besser. So, ich denke so ist besser. So, ich denke so ist besser. Ja, müsste für mir glaube ich so ein bisschen besser sein. Captain! Captain! Hi! Ähm... Aber was ist das? Endlich haben wir es geschafft. Was? Nein! Oh Gott! Halt diese Leute! Honestlich! Vergiss sie! Was? Boah, ich hänge mit der Hauptstory so weit zurück, das ist unfassbar. Na egal. Ich wollte mir das halt so lange aufheben, bis ich eigentlich wieder Zeit habe, ein bisschen zu streamen. Aber es ist viel zu lange gewesen. Ich habe einfach keine Zeit zu spielen. Viel zu viel zu tun. Meistens komme ich von der Arbeit irgendwie nach Hause. Kocher essen. Kocher essen. Ne? Und dann, keine Ahnung, esse ich dann mit Jana zusammen. Kommt ihr auch irgendwann von der Arbeit, essen wir zusammen. Dann räumen wir auf. Ich glaube da gucken wir vielleicht noch einen Film. Ne? Dann arbeite ich ein bisschen nach. Achso, ja, da wird immer gefuscht. Das ist überall so bei uns auch. Wie gesagt, bei uns ist auch immer so ein Mach aus Scheiße Gold. Das müssen wir bei uns auch. Hier links bauen, hier also ne? Fake bauen so. Tun als wird das laufen, obwohl das nicht läuft. Das habe ich ganz oft gehabt schon. Da habe ich das System so eingestellt, dass es gerade läuft, dass es nicht auffällig ist, dass es zur Hälfte fehlerhaft ist oder so. Hatte ich auch schon so oft ne? Das Gute ist, meistens fällt es den Leuten nicht auf. Nur wenn halt so andere Admins kommen, die würden das sehen, aber ja nicht. Wie weit springen wir hier hin und her? Wir sind alles gut so vergessen. T corporate die machen. Will es und dass die gut eruiert wird, weil wir es natürlich auch nichtrich sind. Wir nehmen die Jacob. tengo die drei zu schμαιtern. Okay, hier muss ich den Trupp auf jeden Fall wechseln. Ich habe auch Ganjo gekriegt und level die gerade hoch. Mal gucken wie lange das noch dauert. Trupp wechseln. Was wurde noch unterbrochen? Boah, nicht schlecht. Ja, Gigi ist halt ein echt geiler Healer, den benutze ich halt so gerne, weil er so stark hoch halt und Monat, boah, die hätte ich auch gern. Mit der kann man auch voll gut übers Wasser laufen. Okay, hier muss, glaube ich, eine bestimmte Reihenfolge haben. Passt aus, ne? Das letzte ist den wahrscheinlich. Okay, das hat doch geklappt. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's für heute. Die gute Sache ist, dass es jetzt vorbei ist. Wir sollten wahrscheinlich weitergehen. Ich bin gerade zurück. Are you? Ich bin auf meinem Weg durch. Wenn es eine reale Gefahr hätte, hätte ich die Chance sein. Könnte ich? Es könnte sein, dass es... Orobach? Ein Gott. Oh, no. Es ist ein Gigantik-Snake-Skeleton! Orobachi war unsere Ancestors. Der Riding Shogun? Ja. Aber der Archon-Boer war brutal. Seit Orobachi attacken Zivilisation. Aber jetzt... Du solltest... Hey. Läuft gut bei dir mit der Wohnung? Wann ziehst du ein? Oder bist du schon? Ich bin sicher. Komm zurück zu Kokomo. ifu, er hat sie hier. Ode, wir sind wieder. Erstens. Da geht's. Wir sind zurück! Oh, nächste Woche? Ja, cool. Das wird nice. Dann erstmal, okay, umziehen, du hast bei dir noch nicht so viel. Das ist der Vorteil. Wenn man davor noch keine eigene Wohnung hatte, da hast du nicht so tausend Sachen. Aber du musst halt viel einkaufen und nach und nach alles reinschleppen. Ist Küche schon drin oder musst du Küche noch kaufen? Okay, jetzt muss ich denn hier suchen irgendwo. Wo kann er denn sein? Und das muss schon da oben sein. Ja, auf jeden Fall. Ich habe meiner, glaube ich, auch erst jetzt. Ach da, da sitzt einer. Der wahrscheinlich. Ach, wahrscheinlich irgendwie drunter. Bin ich denn behindert? Wo ist denn der? Da bist du. Ich bin blind gewesen. Bei uns auf der Arbeit ist heute eine Drohne abgestürzt, die wir getestet haben. So ein kleines Flugzeug halt quasi, ne? Mit vier Propellern, sondern so eine kleine Drohne. Und die ist irgendwie gestern Nacht irgendwie abgestürzt und die haben die nicht gefunden. Und dann sind wir, glaube ich, mit über 280 Mann komplett durch diesen Wald gelaufen, wo die ungefähr abgestürzt ist. Die kann ja, nachdem sie das Signal verliert, noch ein paar Kilometer eigentlich weiterfliegen, ne? Und ungefähr abgeschätzt, ne? Die ganze Nacht haben die Sucht nichts gefunden. Und irgendwann heute gegen, ich glaube, gegen 10, 11, 12 Uhr haben wir die gefunden. Da haben wir auch extra ein bisschen Überstunden geballert, ne? Nicht viel natürlich. Ich glaube, da haben wir zwei, als wir normal arbeiten, ne? Und, ja, dann haben wir die zum Glück gefunden, ey. Ich habe auch gesagt, Alter, bei so vielen Leuten, die nach der gesucht haben, war es, glaube ich, günstiger gewesen, eine neue zu kaufen, als so viel Arbeitszeit zu verschwenden von den ganzen Leuten. Aber überleg mal, von so ungefähr 280 Mann, die nach einer Drohne suchen. Ja, aber die wollten die halt unbedingt wiederfinden, ne? Schon echt, echt krass, ey. Er hat zum Glück gefunden. Wir haben die leider nicht gefunden. Das war irgendwie ein anderes Team. Aber hat irgendwie Spaß gemacht, durch den Wald zu laufen, ne? Schon mal, bei dem schönen Wetter war das echt gar nicht so schlecht. Ja, muss ich... Ja, ja, das ist natürlich... Damit dann irgendwie hier nicht gesagt wird, dass hier, die ist gut verloren oder so. Ja. Auf jeden Fall der Typ, der sie gefunden hat, der hat einen Flachmann wohl bekommen und es wurde gesagt, also als Geschenk. Und der hat den wohl geäxt. Ich hoffe nicht, dass er nach Hause gefahren ist. Ja. War wie eine Schnitzeljagd. Das war gar nicht so schlecht. Hat echt Spaß gemacht. Und ich dachte schon, hier, der Freitag wird noch langweilig. Normalerweise ist sonst überhaupt nichts los bei der Arbeit. Oh, da... Das war's. Ich war ja gar nichts drunter. Rein in die Olga. Das ist ein wichtiger Bild. Blitz oder Elektro? Schnellausfall hier. Machen wir mal hier Blitz. Wasser. Da. Nee, andersrum. Blitz. So. Nee. So. So gehen wir rein. Oh, jetzt hab ich kein Feuer dabei. Na, nicht schlimm. Geht auch ohne. Da. So. Na, nicht schlimm. Musik. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Alter Jetzt schmeiß ich Sprich ganz an diese Kack-Dings an Oder was ist denn da unten? Oh, okay Mit dem kann man ganz gut Dings überwinden Okay Das habe ich nicht geschafft Shit, shit, shit Jetzt ist die Tür vollständig Jawohl Das geht schnell jetzt Okay Das macht ja nicht so viel aus Mit Razer zu spielen Macht auch Spaß, er wieder Habe ich echt schon lange nicht mehr angefasst Dem bockt sich das richtig Oh, ich denke, du hast Ich bin natürlich nicht der Masterein Ich bin nicht der Masterein Ich bin nicht der Masterein Ich bin nicht der Masterein Wie kannst du es sagen Wenn sie immer wieder gehen Hast du eine Idee wie wichtig die Vision Hunt ist für uns? Es hat viel Arbeit gemacht für das passieren Die gute Nachricht ist Unsere Arbeit ist für nur ein kleines Die gute Nachricht ist the more tightly nice sequence the gods fills his factory and it feeds on your anger ha 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 quick happy get out repeat after me 3 2 1 1 2 3 ok it's just as well real am I? people show you what every side of this is a study hu what if I told you maybe some of your neural circuitry is less intact than I thought I didn't mean you hmm the delusions they're still on your mind aren't they you needn't with their stronghold ah anyway I'm only telling you've met her I'm not talking about the puppet I mean her you met her yes yes the true Raiden Shogun who meditates endlessly and her name is are you okay and does that mean that when the battlefield changes oh 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 Oh, 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 oh. Okay. Anti Shogun Raider Special Training. Oh, let's go. Oh, 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 oh. Wie soll man das denn ausweichen? Start die letzte Herausforderung? Müssen wir es mal die hier schaffen. Okay. Okay. Was ist das? Das ist halt echt schwer auszuweichen, diese Flächenschaden. Okay, da habe ich das falsche Team für. Das kann ich auch wieder mitnehmen. Auf jeden Fall den falschen Trupp. So. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, Ult von Dings Grafen vielleicht. Wenn das funktioniert. Oh, cool. Mit Eis? Mit Kiki meintest du, Schneider geht er down? Was ist der Unterschied zwischen Herausforderung und Standort und letzter Herausforderung? Ist das irgendwie so ein Unterschied? Weil hier habe ich, da habe ich 10 Zimmer getroffen und oben habe ich, na ich guck mal einfach. Boah. Boah. Dass der mich trifft, das ist immer richtig freudig. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh, geschafft. Mit Eis hat doch funktioniert. Mit Wasser hat doch funktioniert. Aber auch richtig knapp. Ich habe es schon kommen sehen. Kurz Pipi in der Hose gehabt. So knapp war das. Oh. 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 Oh shit. Oh. 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 ein das war jetzt ganz einfach im Gegensatz zu Richtig nervig, Admir. Also, wie kann ich... Warte, was? Habt ihr gesagt? Was? Sie haben auch schon gesehen, dass ihre Visionen von ihnen ausgenommen wurden. Sie müssen nicht bewegen. Es ist genau kurz. Wenn alles mit dem Plan geht... Oh, alles in der Zeit... Ein Glück muss ich nicht klettern. Rebellion? Wenn wir zu überzeugen... Ich gebe dir ein... Sie ist auch ein... Keine Bewegung! Keine Bewegung! Affirmativ! Keine Bewegung! Gugii! Bitte sag mir, dass ihr nicht... Wir sind nur Freunde. Alle von euch, außerhalb! Wie ihr möchtet. Gugii! Ich bin ein bisschen interessiert. Wie ein Freund! Wie ein Freund! Auch wenn sie will... Die Visionen von ihnen... Oh! Frau Gugii, ich... Die Visionen von ihnen... Und eure Geister... Die... Sie sagen... Ja! Gugii, Yai! Sie sind Alake! Seitdem ich mich adoptiert... Er hat die Muson no Hitotachi mehr als jeder! Meine eigene... Wie kann er überhaupt nicht so sein? 3 Tage! Wie ein Gugii, es gibt eine Sache, als so... Er wird kommen... Wunderbar! Neiße Schuhe hat die! Neiße Schuhe hat die! Aber... Warum sind wir alle hier? Wie viele Pläne gehen? Okay, aber... Wenn wir... Wir wollen... Wir wollen... Wir wollen... Wir wollen... Okay, das ist zu weit... Was habe ich hier gestellt? Das ist falsch gewesen... Das ist auch falsch... Furchtbar... Irahue. Lena Schuhe... Nicht die Tanuki! Ich bin so累... Und so. Schön in eine Teestube rein. Also gerade möchte ich nicht in eine Teestube, bin ich ehrlich. Ich habe auch Tee zu Hause. Schön schwarzen Chai. Mit ein bisschen Zucker und das war's. Und dann sieht die Welt wieder schön aus. Ich glaube, mache ich mir gleich. Obwohl es schon spät, ne? Es war 18 Uhr. So, das ist noch alles im grünen Bereich. Obwohl in letzter Zeit bin ich etwas früher schlafen gegangen, weil ich wollte meinen Schlafrhythmus einpetteln. Ich habe im Internet gelesen, dass wenn man zu wenig schlaft, schläft. Und ich habe immer mal durchschnittlich so vier Stunden in der Woche geschlafen. Dass man, äh, dass sich so Toxine im Gehirn bilden und die nur abgebohrt werden, wenn man schläft. So irgendwelche Gifte oder so ein Scheiß. Und das auch zu so Konzentrationsstörungen führt und zu so einem Unwohlsamen, vielleicht auch Depressionen. Und ich dachte mir so, boah, ich habe in letzter Zeit richtig starke Konzentrationsschwierigkeiten. Ähm, ja, und auch weniger Lust auf Sport. Und deswegen würde ich halt, habe ich halt auch meine Smartwatch so eingestellt. Und auch meine Uhr, dass er mir sagt, dass ich, wann ich halt immer schlafen gehen soll, halt, ne? Dass ich mindestens sieben bis acht Stunden Schlaf kriege, ne? Also acht Stunden habe ich das jetzt noch nicht so hinbekommen, aber ich muss sagen sieben. Das ging ganz gut, aber dann musste ich halt irgendwann gegen, äh, zehn Uhr schon schlafen gehen, ne? Das ist halt für mich immer voll, voll schwierig gewesen. Wenn man die ganze Zeit immer nur, ja klar, immer am Wochenende nachholen. Aber das stand trotzdem auch in diesem Bericht, den ich gelesen habe. Ich glaube, das war auch das oberste, was, wenn man eingibt hier, ne? Irgendwie Schlaf, wie viel Schlaf braucht ein Mensch, ne? Da steht auch, dass man zum Teil nachholen kann am Wochenende, wenn man ein bisschen länger schläft. Aber meistens schläft man dann zu lange und das hilft es auch irgendwie nicht. Und macht schon Sinn, wenn man seinen Körper so ein bisschen drauf einstellt, ne? Weil ich hatte, ich glaube, wenn man sechs Stunden schläft, ist das in Ordnung. Aber ich schlafe ja wirklich vier, vielleicht sogar weniger eigentlich in der Woche halt, ne? Ich weiß nicht, weil ich Ewigkeiten irgendwie zum Einschlafen sonst brauche und so. Und ich glaube, wenn ich so immer diese Zeit bis nach 0 Uhr irgendwie kann ich fast gar nicht mehr einschlafen. Also, wenn ich nach 0 Uhr, also vor 0 Uhr noch nicht eingeschlafen bin, Katastrophe. Dann wird das noch richtig... Ja, genau. Ich werde einfach alt. Ich brauche einfach den scheiß verfickten Schlaf. Das stimmt. Komm, 0 bis 5 müssen wir jetzt haben. Ich sag dir, ich kann das nicht mehr. Genau wie Saufen, ey. Die Zeit ist vorbei. Warte mal her. Dass ich mich so richtig hart besaufe, ne. Muss nicht mehr sein. Da bin ich lieber... Nüchtern kann morgens ganz gemütlich frühstücken. Vielleicht auch schön zocken. Finde ich eigentlich ein bisschen Zeit zum Spätzocken. Äh, da muss ich da oben hin. Reicht, ich habe genug Party in meinem Leben gemacht. Ich war schon so viel in Discos und was nicht alles. Braucht das nicht mehr. Nee, muss nicht mehr sein. Ist so. Ja, ab und zu geht immer, aber sonst... Ja, bei mir schon richtig selten, dass ich wirklich mal trinke. Okay. Darf ich da nicht hin? Jetzt gehen wir unten rum. Oh, die wachen hier. Oh, ich muss jetzt mal das Feuerwerk ausrüsten. Uh, für Bogen. Sperr und Buch. Wo ist es hier gewesen? Hiervon zeigt er gar nichts Neues an. Hier habe ich Feuerwerk. Herr Kursch. Ach so, das ist automatisch. Das macht er automatisch. So, jetzt machen Sie ganz schnell hier durch was. Oh, ich habe es jetzt geschafft, weil ich es zurück teleportiert. Ach, doch. Das konnte man gerade nicht einsehen. Ich weiß, ich fühle mich so... Nein, ich wusste nicht, wie ich es finde. Hier geht's. Meine Frau, das ist ein Zeilen. Es muss ein öffentlicher Report sein, dass die Tenryo-Kommission vorbereitet für den Shogun. Dann muss er auch noch lieber abschließen. Wir haben eine Korrespondenz mit der Fatui. Das ist ja nicht automatisch. Ich muss noch einmal anklicken. 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 Ich weiß, du wirst du... Ich... Also, wo ist dein Zeilen? Ah, wie wunderschön. Du kannst sie sehen. Was ist das? Ja. Ich sehe, dass dieses Dokument hier ist der öffentliche Strecke. Ich verstehe nicht. Was ist mit dem Soldaten? Für die Zeilen... Für die Zeilen... Also, die Tenryo- Ja. Jetzt. Wer gibt es noch jemanden? Das ist die Zeilen. Na, sicherlich. Das ist alles. Das ist die Zeilen. Takayuki! Du hast etwas zu erklären. Was ist die Zeilen? Was ist die Zeilen? Was ist die Zeilen? Holden, Traveller. Da ist etwas. Huh? Die letzte Mal, wenn du in den Planen hast, du musst, wenn du das mit dir gehst, wenn du das mit dir gehst, kannst du das mit dir machen. Was ist das? Die Omamori von der Großartig... Oder wenn du es... Mach es raus, Frau. Baby. Okay, das ist so weit. Oh, wer ist das denn? Ach, das die eine. Entriebe. Entriebe. Ja. Entriebe. Entriebe, Frau. Die Hörer sind von der Oberfläche. Kein einer zu entdecken. Geh aus meiner Weg. Ich muss ihn sprechen. Ich werde nicht sagen. Ich werde dir nicht sagen. Oh, ja. 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 Er... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir schauen uns echt freudig, ey ja sagt ihre schuhe so richtig cool alter die die läuft noch zu kleinen holzteilen jetzt schon ist das richtig fußschmerzen und einmal auf den knügel der dreck knüchel gebrochenes kommt ich glaube meine nachbarn machen wieder hier voll party alter ich will die geräusche ich liebe zeug ich liebe zeug ab und nach ganz oben hier gibt es eine kiste wo ist diese kiste schon unter der blick oder sogar da hat einer die jungs umgehauen aber vom feinsten das ist alles sowas von kaum so und rein da jetzt genug kisten gesammelt keine anforderung dann geht das ja das wird glaube ich eine coole szene wer ist das denn ich habe aber auch ganz schnell was zu trinken was für ein element ist die denn feuer ja mir ist das ich weiß ich weiß ich weiß du kannst nicht du kannst du du kannst du mir schreit du kannst du sie macht es wirklich du kannst du erzählen du bist zuschentere diese die ja Okay, ich muss jetzt gehen. das wäre echt interessant Harbinger Power and Elegance as you wish oh was ist das da? muss ich die Kacke erstmal kaputt machen wahrscheinlich ne mach die mal kaputt erstmal nein die ist weggeportet nope also hier ja du ja 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 achso Oh. Er macht einen Spaß mit ihm zu kaufen. Und hier ist noch was. Zum Einsamen noch mal. Da gibt es noch ein Wunder. Dann wird es schneller dauern. Ach doch. Es geschafft, glaube ich. Die Eisblume. Jetzt ist aus Eis Feuer geworden. Umgekehrt muss ich jetzt machen. Das darf ich nicht zu stark verbrennen. In fires of sin and retribution, your soul will be incinerated. Umgekehrt muss ich jetzt machen. Umgekehrt muss ich jetzt machen. Umgekehrt muss ich jetzt machen. Die Leben weitergeht. Das ist eine Art von Natur. Die Leben geht an. Die Leben geht an. Die Leben geht an. Die Leben geht an. Die Leben mit Natan. Oh, keine Eisteile hier. Ich muss jetzt verbrennen. Feuersturm des Grauens, Alter. Hallo? Ja. 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 Nicht alle Wunsch werden geheilt. Ja. So stark. Aber warum? Was? Hat er eine schwache Waffe, ey. Level 1 Schwert. Was? Ja. 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 ein und man kann gar nichts machen bis sich die Tore hätte man auch spielen können voll traurig mein wasser geist der coolste der macht richtig partieren ihr habt's cabeza keinen Du hast du die Hände? Chinna, du dich aus diesem Ort! Ich fühle mich nicht so gut. Also, wenn die Schilden aus Neur mit dem Muso no Hitotachi geschah, war es unheimlich kraftvoll. Es ist unmöglich, um ihn zu retten zu retten, und wenn es so, wir haben keine Hoffnung, um sie zu retten, um sie zu retten. Okay. Was passiert, wenn er keine Kopfschmerzen mehr hat? Also, wenn ich es nicht mache? Hey, du bist so silent! Es scheint, dass es viel Ruhe kommt, um sie zu retten. Die Biste ist oder was? Oh, die Garten sind wirklich nervös. Mal schauen, was die Situation ist, soll ich? Es gibt immer die, die zu retten, um die Leitungen zu retten. Der hat zwei Elementarfähigkeiten. Ja. Charge! Attach! Charge! Charge! Ihre Sie Party, wähle ich sage sie, wo die Leitungen zu retten... Hier ist sie endlich von growth. Jude, die haben noch nicht geschehen. ... ... caught中. Den ini mussteuer. Okay, jetzt geht's auf. Okay, jetzt geht's. 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 Okay. 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 Ja, ich habe. Warum kannst du nicht vertrauen in deinen Menschen und in der Macht der Ambitionen? Diese Ambitionen haben durchgeführt Raum und Zeit. Sie sind etwas... Ist das die Lehren, die du von deinem Reise in Liyue gelernt hast? Es gibt Nationen, in denen Menschen so sind wir, um einfach zu verabschieden, um den Prozess zu verabschieden. Denn du und ich haben beide eine große Verlust der Eternität gesehen. Wenn die Lichter flashe, sie schützt eine Schmerz. Mein Name bedeutet Schmerz. Mit meiner Schmerz, ich verabschiede alle Obstakel für die Prozess. Und trotzdem, etwas ist verloren, mit jedem Schritt nach vorne. In der Ende... Ich habe sogar sie verloren. Die Geschmacken sind immer noch in der Schmerz von allen Schmerz der Sakur. Aber die Schmerz, die in unserer Nation auf der Schmerz, von dieser schmerzlichen Verlust... ... immer schmerzen. Nicht zuerst zu suchen, selbst wenn nur ein kurzer Schmerz von der Licht. Wenn nichts anderes, wir haben wir den Momenten. Sie sagte das einmal. Aber ich habe gesehen, dass die Nation aufzunehmen und verletzt alles an den Heiligen Prinzipien verletzt. Vielleicht nur wenn die Zeit aufhörte, wird die Lichter's Gläufe nicht verlassen. Der heutige Moment ist eine fröhliche Illusion. Nur die Eternität kann uns näher an den Heiligen Prinzipien bringen. Ich bin nicht mehr die Schäufe. Meine ist die größte und nöbliche Form. Lass die Macht über den Räumen befestigte in mir sein. In dieser Form werde ich honorieren meinen Traum, für ein Land der Eternität nicht mehr verändertert. Die Heiligen Prinzipien. Irrelevant Nonsens, so wie ich bin. Wenn alles gesagt und getan ist, alles du wirklich willst... Aber diese Nation-Worth existiert, stripte von Ambitionen, stripte von Potenzial für Veränderung. Hmm, ich wundere, welche Verlust... Miko, riecht deine Worte. ... 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